Musik Ein weiteres beliebtes Erholungsgebiet ist das Kreuzbergl. Ein Spaziergang auf seine höchste Stelle führt zur ehemaligen Aussichtswarte, die anlässlich des Kaiserbesuches errichtet wurde. Musik 1966 hat man darauf eine Sternwarte mit Aussichtsplattform errichtet. Musik Regelmäßige Führungen bringen die Geheimnisse des Weltalls den himmelsinteressierten Mitbürgern näher. Einen schönen guten Abend im Namen der AVK, Astronomische Vereinigung Kärntens. Vor allem die Jugend ist brennend daran interessiert. Musik Die Venus gehört zu den inneren Planeten, das heißt zwischen Erde und Sonne. Da gibt es ja noch einen weiteren Planeten, der zwischen Erde und Sonne steht. Kennt den vielleicht jemand? Man kann es auch da an diesem Modell sehen, wo man jetzt an einem Sonnenfenstern ist. Immer dann, wenn Neumond ist. Neumond ist dann, wenn der Mond genau zwischen Erde und Sonne steht. Man kann es auch da an diesem Modell sehen, wenn der Mond ja mal da, Untertitelung des ZDF, 2020